Servus Leute und willkommen bei Mission 5. Hier kommen wieder 5 Fakten für dein Geld. Wir starten jetzt durch ins Wochenende und verraten dir in diesem Video, warum Europa die Kontrolle über sich selbst verloren hat, was die beste Börsenstrategie aller Zeiten ist und wie ihr ganz bequem in den Megatrend Videospiele investieren könnt. Und jetzt legen wir los. Ja, was stimmt eigentlich nicht mit Europa? Ausgerechnet eine Juristin soll jetzt Chefin der Europäischen Zentralbank werden. Und dann haben die Herrschaften in Brüssel auch noch Ursula von der Leyen aus dem Hut gezaubert. Also wir blicken da ehrlich gesagt nicht mehr durch. Ja, was war da los letzte Woche? Vor der Europawahl wurde ja die große Demokratieoffensive angekündigt. Es sollte möglichst demokratisch zugehen in Europa. Das sah dann auch erstmal ganz gut aus. Manfred Weber von den Konservativen sollte der eine Spitzenkandidat sein für den Top-Job in Europa. Also für den Kommissionspräsidenten. Und Franz Timmermans von den Sozialisten war der andere Kandidat. Aber das sollte nicht so sein. Denn dem französischen Staatspräsidenten Macron hat das alles überhaupt nicht gepasst. Er hat ja von Anfang an gegen Manfred Weber geschossen. Und dann hat sich auch noch die sogenannte Visegrad-Gruppe eingeschaltet. Das sind die vier Länder Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn. Und die fanden es gar nicht cool, dass zum Beispiel Franz Timmermans im Vorfeld mal ein bisschen kritischer war mit Herrn Orban. Also der geliebte Führer in Ungarn fand das gar nicht lustig. Der nimmt es ja nicht ganz genau mit der Pressefreiheit. Wahrscheinlich würde er uns gerade hier das Video auch gerne verbieten, wenn wir hier Scherzchen machen. Ja, auf jeden Fall Macron und Orban fanden das gar nicht cool. Und dann ging es richtig nach hinten los. Macron und Orban hatten keinen Bock. Und das hat dann Mutti Merkel richtig unter Druck gebracht. Sie musste dann neun Kandidaten aus dem Hut zaubern. Und dann hat sie sich gefragt, Mensch, was macht denn eigentlich die Flinten-Uschi? Wie werde ich denn Ursula von der Leyen, die Bundesverteidigungsministerin, am besten los? Ja, und jetzt soll die den Top-Job in Europa übernehmen. Da blickt man wirklich nicht mehr ganz durch. Also ich finde dieses Europa-Bashing grundsätzlich immer ein bisschen schwierig. Aber ich kann jetzt nach diesem Affenzirkus wirklich die Leute verstehen, die jetzt sich einfach richtig verarscht fühlen. Das Schärfste ist aber jetzt, was uns als Börsianer noch viel mehr interessiert, dass ausgerechnet Christine Lagarde die Chefin der EZB in Frankfurt werden soll. Klar, eine Juristin ist natürlich optimal geeignet für eine Bank. Normalerweise lässt man sich vor Gericht ja auch von seinem Banker verteidigen und nicht von einem Juristen. Also wir blicken da auch nicht mehr wirklich durch. Zwischendurch durfte man ja mal hoffen, dass ein Deutscher vielleicht da mal ein bisschen Stabilität und Ordnung wieder reinbringt in die italienische Pude in Frankfurt. Jens Weidmann war ja im Gespräch, ist aber leider nichts draus geworden. Frau Lagarde macht uns sonst auch noch ein bisschen Sorgen, denn sie hat schon von der Vergemeinschaftung von Schulden gesprochen, von Transfers in der Eurozone. Also sie wird wahrscheinlich die laissez-faire-Politik von Mario Draghi weiterführen, denn sie hat auch Mario Draghis Kurs immer unterstützt. Und das ist natürlich nicht unbedingt gut für die deutschen Interessen, denn das Gewicht wird sich noch weiter in Richtung Süden verschieben. Die Briten sind schon so gut wie weg und jetzt noch eine Französin an der Spitze der EZB. Also das könnte noch lustig werden. Allerdings muss man zur Ehrenrettung der EZB sagen, dass der neue Chefökonom, der ihre Philip Lane, als sehr kompetent gilt. Und viele sagen, okay, Lagarde ist eine erfahrene Politikerin, die steht an der Spitze. Und der Chefökonom und der Apparat werden das gut auffangen. Also es wird jetzt auch nicht der Weltuntergang sein, aber es könnte durchaus schwierig werden. Für die Börse ist es natürlich eher gut, wenn die Zinsen niedrig bleiben. Die Frage ist halt nur, ob die EZB ihr Pulver nicht schon längst verschossen hat. Und wenn jetzt dann doch die Rezession kommen sollte, ja, dann kann eigentlich nur noch Vater Staat helfen, so wie das Jens Erhard neulich bei uns im Interview gesagt hat. Dann hilft wahrscheinlich wirklich nur noch Keynes. Oder es geht richtig den Bach runter. Martin Schulz fand das Ganze auch nicht lustig. Der hat sich diese Woche in der Bild-Zeitung lauthals beschwert und hat gesagt, die machen mir mein Europa kaputt. Also er fand diese Schacherei auch nicht gerade cool. Und das Lustigste ist, wenn Ursula von der Leyen jetzt dann gewählt werden soll, also aufgestellt ist sie ja schon. Sie muss dann vom Europaparlament gewählt werden als Kommissionspräsidentin. Da könnte es dann sein, dass sie auf die Stimmen der Rechten angewiesen ist, also in Polen und Ungarn. Das wäre dann auch schon wieder ein sehr witziges Unterfangen, muss man sich mal vorstellen. Erst lässt man sich abziehen vom Orbán und dann muss man darum betteln, dass man dann auch noch gewählt wird. Also geben wir Martin Schulz mal recht, es ist schon eher eine Lachnummer. Jetzt will ich gar nicht so auf Angela Merkel draufhauen. Ich finde, das hat sie mal wieder staatsmännisch gut und elegant gelöst, denn sie ist da richtig unter Druck gekommen. Wen ich eher den Pharisäer finde, das ist Emmanuel Macron, der Franzose. Der stellt sich ja gern hin und macht auf den Retter Europas. Schaut her, ich bin der, der Europa nach vorne bringt, wir müssen alle zusammenhalten. Und dann hat er sich jetzt eigentlich richtig daneben benommen, hat ja gegen Manfred Weber schon länger geschossen. Und jetzt hinter den Kulissen dann mit Orbán paktiert, der jetzt nicht unbedingt als Europafreund gilt. Also ich finde das eher peinlich. Ich kann dann auch Angela Merkel verstehen, dass sie dann einfach diplomatisch das gelöst hat. Und was man auch jetzt noch positiv sehen muss, das hat Friedrich Merz diese Woche auch gesagt, nach dem Motto, sind wir doch einfach mal stolz, dass endlich wieder eine Deutsche an der Spitze steht. Das finde ich grundsätzlich auch richtig, denn natürlich ist das Ganze ein Affenzirkus. Aber würde es uns besser gehen, wenn jetzt an der Spitze ein Pole, ein Ungarn, ein Franzose oder ein Italiener stehen würde? Also seien wir doch mal froh, dass zumindest der Deutsche diese mächtige Position wahrscheinlich einnehmen wird. Machen wir das Beste draus und hoffen wir, dass es beim nächsten Mal nicht wieder so ein Affentheater gibt. Welche Strategie an der Börse ist die beste? Wir haben dann natürlich einen heißen Tipp für euch dabei und das Ergebnis wird sicherlich einige überraschen. Uns ist nämlich eine spannende Studie in die Hände gefallen von den Ökonomen Guido Baltusen, Lauren Zwinkels und Pim van Vliet. Ja, die Forscher wollten es mal richtig wissen. Die haben den Aktienmarkt nämlich sehr langfristig unter die Lupe genommen in den USA und in Großbritannien seit 1800, in Frankreich seit 1856 und in Deutschland immerhin seit 1870. Und das ist natürlich grundsätzlich wichtig, denn es gibt sehr oft Rückrechnungen, die sind dann über 10 oder 20 Jahre. Aber das Problem ist eben, dass die Stichprobengröße dann viel zu klein ist und dass es unterm Strich nichts aussagt. Was haben sich die Forscher jetzt angeschaut? Über die letzten 200 Jahre wollten sie wissen, welche Strategien am besten performt haben. Und da haben sie mal die bekanntesten genommen und gegeneinander laufen lassen. Ich lese mal kurz vor. Trend, Momentum, Value, Carry, saisonale Muster und Betting against Beta. Und jetzt schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Und wir sehen, dass Trend und Carry sehr gut abgeschnitten haben. Was mich persönlich überrascht ist, dass Value sehr schlecht abschneidet. Warren Buffett wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht. Aber eine Erklärung könnte sein, dass Value natürlich in der Theorie sehr einfach ist, in der Praxis aber dann schon einiges an Research und vielleicht auch ein bisschen an Talent braucht und sehr aufwendig ist. Und dass es in der BEST natürlich einfacher ist, also dann unterbewertete Aktien zu finden, in der HOS natürlich deutlich schwerer. Schreibt doch mal eure Ideen dazu rein, welche Strategie ihr am spannendsten findet und vielleicht auch, warum Value hier so schlecht abschneidet. Ob ihr da vielleicht noch eine Begründung dafür habt. Ich finde die Trendstrategie richtig spannend, denn sie ist offensichtlich die beste langfristig. Und sie ist eben mal sehr leicht umzusetzen. Denn ich muss jetzt keine Bilanzen lesen. Ich muss mir auch keine großen Gedanken machen. Ich muss eigentlich nur auf die jüngste Performance schauen. Und Trend ist einfach an der Börse ja kurzfristig funktioniert das sehr gut. Also Momentum sagt man ja auch dazu. Man sieht ja immer wieder Aktien, die jetzt in den letzten zwei, drei, vier Monaten gut gelaufen sind, dass die meistens dann einfach noch weiter durchziehen. Ich persönlich überlege mir schon länger, so einen Trend oder Momentum Smart Beta ETF ins Depot zu legen. Wir packen euch unten in die Videobeschreibung noch ein Beispiel rein. Wichtig ist kein gesponsorter Post, also ist wirklich jetzt ein Insight und sozusagen eine halbe Geldidee von uns. Wie gesagt, ich finde es sehr spannend, da Überrenditen damit zu erzielen, mit so einem ETF, der einfach immer die Aktien im Depot hat, die momentan am besten laufen. Und dann wird natürlich umgeschichtet, das ist ja der Witz an der Sache. Also ich habe sozusagen immer die Momentum Aktien im Depot. Schreibt doch mal, ob ihr so ein ETF schon im Depot habt oder ob ihr das auch spannend findet. Also ich denke wirklich darüber nach, mir da noch einen Sparplan drauf zu machen. Spielst du zu Hause auch gerne Playstation? Also du kannst es ruhig zugeben. Ich gebe auch zu, dass ich eine zu Hause stehen habe. FIFA ist natürlich ein Klassiker, den ich auch gerne spiele. Ich komme aber ehrlich gesagt nur noch selten dazu. Aber es ist eben ein Megatrend Gaming und vor allem E-Sports. Und da haben wir eine spannende Geldidee für euch, nämlich einen neuen ETF, der diese Branche sehr schön abbildet. Jetzt werden vielleicht einige sagen, E-Sports, Puh, Gaming, das ist jetzt nicht so meine Baustelle, ist mir auch zu speziell. Ist natürlich eine sehr spezielle Sache, aber ich finde es als Beimischung ganz spannend, weil eben der Markt sehr rasant wächst und sicherlich wahrscheinlich auch weiterhin stabil wachsen wird. Gerade wenn man sich jetzt nach Virtual Reality, Digitalisierung vor Augen führt. Also es wird wahrscheinlich nicht weniger werden. Und jetzt schauen wir mal drauf, was da für Unternehmen im ETF drin sind. Sind jetzt nur die größten Positionen. Wir packen euch noch einen Link rein unten, dann könnt ihr euch das alles noch genauer anschauen. Sind natürlich die Klassiker dabei, wie Activision Blizzard, EA, Electronic Arts, EA und Take-Two. Das kennt man noch. Nvidia finde ich auch spannend. Ist natürlich eine sehr attraktive Aktie. Nintendo kennt man natürlich. Sind aber auch ein paar dabei, wo ich ehrlich gesagt noch nie gehört habe. Was auch spannend ist, wenn man jetzt ein bisschen spezieller werden will im Depot, ist die regionale Verteilung. Die können wir uns jetzt auch mal anschauen. Natürlich, wie so oft, die USA vorne. Japan weiß man auch, dass die da stark unterwegs sind. China ist auch schon sehr stark vertreten. Generell natürlich die Asiaten in der Spielebranche sehr stark. Sind ja auch bei Robotik traditionell sehr stark. Die Japaner zum Beispiel. Und was ich sehr spannend finde, auch 3,5 Prozent des ETFs, also des Vermögens, stecken in Polen. Also wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Also man sieht schon, da kann man vielleicht noch mal ein bisschen sich was ins Depot holen, was man jetzt normalerweise nicht drin hat. Kommen wir zur Inspiration für diese Woche. Denn wir wollen euch keinesfalls mit schlechter Stimmung ins Wochenende entlassen. Und wir wollen heute mal ein Statement setzen gegen alle Schwarzmaler und Crash-Propheten. Ihr kennt uns ja, wir berichten auch gerne mal über mögliche Aktien-Crashes. Wir berichten natürlich auch kritisch. Aber eins wollen wir mal klarstellen. Wir bei der Mission Money sind grundsätzlich durch und durch positiv. Denn wir wollen euch ja auch Mut machen. Wir wollen euch ja motivieren. Wir wollen gemeinsam mehr aus unserem Geld machen. Und deswegen wollen wir jetzt auch mal schauen, ob die Crash-Propheten eigentlich wirklich so schlau sind. Oder ob sie vielleicht eher eine Story erzählen, die schon sehr oft erzählt wurde, die aber halt meistens nicht aufgeht. Jens Erhard hat das ja neulich bei uns im Interview auch sehr schön gesagt. Er kennt eben auch Leute, die erzählen schon seit 50 Jahren, dass es crasht. Haben seit 50 Jahren Gold und Cash, sind aber halt nie reich geworden. Er hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Als Permabär wird man eben nicht reich. Wer das Interview noch nicht gesehen haben sollte, kann ich euch nur sehr empfehlen. Herr Erhard, sehr kompetent, sehr angenehmer Gesprächspartner. Hier oben könnt ihr euch nochmal reinklicken. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen weiter zurückblicken in die Historie der Crash-Propheten. Beispielsweise schauen wir mal ins Jahr 1830. Großbritannien und Nordamerika ging es damals so gut wie nie zuvor. Es herrschte wirklich seit längerer Zeit mal Frieden. Wirtschaft lief auch ganz gut. Und wie war die Stimmung? Eigentlich so ein bisschen wie heute gefühlt. Sie war nicht so richtig gut. Es gab einige Rattenfänger, die natürlich auch Stimmung gemacht haben. Und da wollen wir uns jetzt mal ein Beispiel anschauen. Nämlich genau in diesem Jahr 1830 hat der englische Hofdichter des Königshauses Robert Southie ein Buch veröffentlicht. Und darin marschiert sein alter Ego mit Thomas Morus durch die Gegend. Und Thomas Morus hat ihm da richtig Angst gemacht, hat ein richtig düsteres Bild von der Zukunft gezeichnet. Was er ja nicht alles befürchtet hat. Elend, Hungersnot, Pest. Und natürlich, dass die Religion und die Moral auch noch niedergehen. Aber es kam dann alles ganz anders. Also wirklich nach 1830 ging die Wirtschaft richtig durch die Decke. Und gerade die Ärmsten der Armen oder die Arbeiterklasse hat wirklich massiv die Löhne auch steigern können. Also man sieht, selbst damals wurde schon der Weltuntergang prophezeit. Aber es kam dann wie so oft ganz anders, als man denkt. Und es lief auch danach richtig gut. Ja, den Weltuntergang auszurufen ist wahrscheinlich eines der ältesten Geschäftsmodelle der Welt. Es ging natürlich danach auch weiter mit vielen Bestseller. 1901 kam zum Beispiel auch ein Buch raus, das hieß The Simple Life. Damals wurde auch die große Flucht aufs Land ausgerufen. Nach dem Motto, die Leute haben keinen Bock mehr auf Materialismus. Die werden sich alle zurückziehen auf ihre Farm und werden einfach das Simple Life leben. Ist ja auch nicht verkehrt. Wäre heute vielleicht auch eine gute Option. Aber wie so oft, es wird wahrscheinlich nicht die Welt untergehen. Wir wollen jetzt nicht alles schön malen. Natürlich gibt es genug Probleme auf dieser Welt. Von Schulden bis natürlich auch einige Menschen, die noch hungern müssen. Aber wir sind positiv. Und ich sage euch Leute, es wird einfach immer gut weitergehen. Natürlich nicht für alle leider. Aber die Welt wird sich weiterentwickeln und das spiegelt ja auch die Wirtschaft wieder. Also das BIP geht seit einigen hundert Jahren langfristig steil nach oben. Herr Elsässer ist ja auch ein Verfechter dieser Theorie, dass es einfach immer besser wird. Und deswegen steigen auch die Aktienkurse. Also Leute, langfristig wird alles gut. Damit wollen wir euch jetzt ins Wochenende entlassen. Jetzt werden sicherlich einige kommen und sagen, mein Gott, ist der naiv. Dann mögt ihr mich für naiv halten. Aber wir wollen nicht ständig schlechte Stimmung verbreiten und wollen auch nicht diesen ganzen Populisten hier die Meinung überlassen. Wollen auch mal ein Statement dagegen setzen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr grundsätzlich auch positiv seid. Oder ob ihr sagt, um Gottes Willen, ich hänge mich am besten heute noch gleich im Speicher oder im Keller auf. Ich kann das alles nicht mehr durchstehen. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Und wir wollen euch natürlich nicht ins Wochenende entlassen ohne Highlight endgültig. Und das wird richtig spannend. Das Highlight kommende Woche werden wir nämlich Jan Fleischauer hier zum Interview haben. Viele kennen ihn sicherlich von Spiegel Online. Da hat er immer seine Statements beim Schwarzen Kanal abgegeben. Also der ist noch eine richtig konservative Stimme. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr Fragen an Herrn Fleischauer habt. Der zeigt dir immer klare Kante. Ist auch nicht gerade ein Freund von Linken und Grünen. Also das könnte was Spannendes für euch sein. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ob ihr Fragen an ihn habt. Die besten werden wir dann wie gewohnt an ihn weiterreichen. Und jetzt reichen wir uns selber weiter ins Wochenende. Wetter soll ja wieder ganz gut werden, Leute. Wir verabschieden uns jetzt. Danke fürs Zuschauen. Schaut noch alle Videos durch, die diese Woche gekommen sind. Wenn ihr das noch nicht erledigt habt und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann ist jetzt eure beste Chance dafür. Sonst kennt ihr das Spiel. Liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Ihr kennt das Spiel und ihr seid natürlich die Besten. Danke euch. Wir sehen uns und jetzt sind wir raus. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.